hallo leute ich bin's wieder mg production und ja mal wieder mit dem unboxing ja bevor die fragen kommt ich habe in letzter zeit sehr oft bestellt lag daran an den new year sales 20 prozent oft auf artikel und zum beispiel sachen die ich für andere figuren brauchte die ich zum beispiel von vorherigen packages von klonami customs bestellt habe zum beispiel klopfteil oder sowas das ist von cape cantina zum beispiel ist schon geöffnet ich wollte es aber trotzdem euch zeigen und ja da ich mir halt dann muss ich mir dann nachbestellen und um die figur halt vollständig zu machen ich machen möchte dann ist ein paket von brickforge da habe ich mir hauptsächlich halo sachen bestellt die wollte ich euch zeigen und das ist natürlich noch zu von klonami customs das letzte package wirklich das letzte jetzt erstmal in nächster zeit ich habe echt viel zu viel für kassen sachen jetzt ausgegeben ja also die sachen habe ich bestellt und die wollte ich euch zeigen als erstes business card mit zehn prozent auf kupon wenn ihr wollt könnt ihr ihn einlösen hier als erstes kriegt mal zuerst dann einmal poltron für den mörser truppler von mandalorian da habe ich das pack zu weihnachten bekommen und dann dachte ich mir hole ich mir den besseren poltron als in lego weil der sieht tausend mal besser aus dann poltron für commander apple und commander phil und dann das karma für commander fox geht dann schnell also das ist jetzt nichts besonderes hat nur kleidung dann für commander salvo karma und striptor und dann für meinen schocktruppler damit ich mir commander fire machen kann habe ich mir karma poltron und diesen strip gekauft als set und dann für arc trooper jesse und dann auch für commander bow genau ich weiß nicht ob ich jetzt bow und apple verwechselt habe auf jeden fall ist der mit dem tan hier das ist auf jeden fall commander phil dann habe ich als freebie 327 poltron und klammer bekommen sehr nice und back super straps 5 stück oder so ja das habe ich bekommen recht klein oder aber recht teuer ich bin schon 20 items dollar pro geht schon dann ins geld dann kommen wir zum brinkforge items habe ich mir einmal ein desert unisee set geholt mit dem helm unisee halo waffen dann noch dieser weste und dann werde ich halt mit armen und körpern halt gucken dass ich dual mold dinger kriege dass ich die perfekte figuren ausmachen kann dann draconie trooper set aber wieder mit so einem helm hier mit schild sogar und andere waffen diesmal ja ganz cool habe ich mir angel fall set geholt mit dem weißen helm ja das sind alles schockschufer der unisee keine spawns also dann habe ich freebies bekommen ein stahlhelm der wehrmacht und irgendwie eine kopfbedeckung und noch ein gewehr sehr schön freue ich mich immer über freebies dann habe ich mir separat noch die ganzen westen bestellt für die shocktrooper die gehe ich jetzt nicht in die zahl einzeln drauf ein ich werde fickwas posten damit auf instagram dann werde ich die komplett sehen und halt die shocktrooper helme noch sämtliche also eigentlich alle ganz cooles typen design von brickforge respekt ja das war es von brickforge und dann kommen wir jetzt zum eigentlichen teil und zwar im ich habe ich auf jeden fall eine mystery figur bestellt zu einem squat pack noch und mal kurz einmal das weg machen zack ich hoffe ich kriege eine ganz coole die ich vielleicht gebrauchen kann als figure roulette habe ich einfach command of scorch bekommen da freue ich mich geil eine sehr geile figur also geil ich freue mich extremst also ich habe mit nur 20 dollar gezahlt deshalb backpack dabei und ein blaster und dann noch ein printed head glaube ich noch ja sehr geil habe ich in gefühl 10 euro 10 dollar gespart geil also ich freue mich ich bin sehr überrascht also ich dachte ich kriege jetzt irgendwie eine schrumpfsfigur oder so geil sehr 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 geil dann habe ich mir das galactic marine pack geholt natürlich mit den neuen galactic marines die sehen übelst krass aus und sogar mit rotationspass habe ich bekommen aber ich werde trotzdem dann wahrscheinlich dann den ganzen nehmen das von brick arms zack 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 dann natürlich noch einer dann der dritte galactic marine und zu guter letzt der vierte und ja ich habe mir diesmal nicht nur star wars sachen bestellt ja ich bin im halo modus deshalb habe ich mir auch halo sachen bestellt hier ist eine kleine tütchen ach komm raus so da habe ich mir den helm bestellt den dachte ich mir so einen schwarzen mit jackeis er ist neu raus gekommen dann das ist eine detaillierte visier mit dem republic symbol ja fokussiere bitte mit dem republic symbol dann ein ein unicy armor teil für sparten grün also grün in grau in dark bush grey oder ne das ist glaube ich hell blue und ja die armor teile dann habe ich einmal für captain warne einen neuen weise bestellt mit detaillierung da einer der koppelkunden ist und dann habe ich den detaillierten geholt dann einmal sparten helme einmal in dunkelgrün und in dark bush grey und dann noch ein rotes armer teil habe ich vergessen zu zeigen und so ein rocket launcher für halo figuren ja hier bleibt jemand da hinten hin zur nächsten paket kommen wir dann da habe ich mir einmal den arc zero realistic arc zero helm gestellt wollte ich auch ein fickbar voraus machen und den neuen pfeffer first airborne helm den fand ich auch ganz cool und manchmal auch selbst raus basteln dann das ninety first äh äh weiser detailliert weiser ebenso detaillierte weiser mit schwarz na schwarzes armarteil für die spartans und dann ein rotes noch dunkelrotere habe ich zweimal erstellt dann helme noch in dunkelblau dark red schwarz und hellgrau und dann habe ich noch diese visiere in verschiedenen farben gold orange glänzend also passend zu den spartans dann muss ich dann draufklicken noch und dann lässt sich da perfekt bion raus machen und hier sind die ganzen cloth teile ähm für die galactic marines ja ich hole mal kurz am einen raus ich muss einfach den mit dem dc15 um den euch mal ein bisschen näher nahe zu bringen ach genau hier ist ja noch ein verlor gegangen ich habe noch ein jetzt springt er weg ähm ein backpack offenes mit republics import noch geholt so jetzt kommen wir zur galactic marine jetzt fackelt die kamera super ja ähm so so haben wir den hier sehr schön sehr detailliert äh ich liebe auch den neuen helm also tausend mal besser als der alte natürlich ist der lego helm besser aber es passt nicht mit dem äh mit dem backpack hier hinten die schwarze köpfe hier packe ich mal scotch aus was ich für den kopf bekommen habe die normalen äh die normalen printed also das ist echt ist natürlich das ist natürlich hier das normale backpack eigentlich hat er ja ähm ich weiß nicht ob das com ist oder das andere pack äh commando backpack ähm ich glaube das war das com backpack ne hier das hat äh fixer äh das tag backpack genau das hat er eigentlich normalerweise nicht das normale aber ich bin vollkommen zufrieden ist ja noch das printed geprintete also mega geil hat zwar das DC15 aber schnutzpiepe ich habe ich habe DC17 ohne Ende das ist sehr 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 geil ich freue mich übelst über die vielfach ähm ja tue ich die mal hier hin also hier noch die drei die lasse ich jetzt noch verpackt jetzt mal gucken wohin damit tüten leeren cloth pieces also dann steht das einmal hinten ich setze eine kuddelmuddel übersicht ähm ja mal kurz das ist raus sticht das habe ich halt alles geholt ähm ja das war diese der neue release halt dann mit den galactic marines da habe ich mir äh ich probiere jetzt auch noch mein frigorillette aus habe ich scotch ausbekommen gute erfahrung gemacht also ich kann nicht euch nahe legen ihr könnt natürlich auch scheiße bekommen sag ich mal wie die äh Phase 2 äh die alten Dinger noch jetzt nicht unbedingt super sind ihr könnt aber auch Glück haben also müsst ihr einfach mal ausprobieren ich kann es nahe legen gute gute Figur bekommen 20$ geführt 10$ gespart ja das war es auch von meiner seite aus vom unboxing ähm ja und ja das war es dann halt möge die Macht mit euch sein immer dämm 2 1 5 6 5 7 9 11 12 Vielen Dank.